Ich bin auch dabei. Ich bin auch dabei. Ich bin auch dabei. Es ist mein Chat. Wer ist das Pokémon? Es ist kein Weg für dich! Lass uns Six spielen. Und Six können wir auf jeden Fall carryen. Strike. Wir gehen Fullscaling wenigstens. Da wird's ein bisschen spicier. Dann schauen wir mal was geht. Vielleicht müssen wir Cleanse spielen. Nachdem wie confident wir sind. So jetzt, Leute. Wir haben Gott. Eben. Ihr gewinnt ja eh. Aber bei Jenkins bin ich nicht sicher. Oh mein Gott. Das ist richtig. Ich glaube ich schütze sie aber danach. Ashley? Sieht ihr mich? Oder habe ich gerade geintelt, dass ich wieder herangelaufen bin? Ich weiß nicht theoretisch wen. Dann kommst du vielleicht in E-Range. Aber ist bestimmt... Ja, ist gut, ist gut. Ich glaube ich gehen die noch ein bisschen abfacken, oder? Wow! Und low skill expression needed. In Season 2 habe ich tatsächlich Blitzkring Toplane gemained ne Zeit lang. Da hast du den... Also mit Herz of Gold und Philosopherstar und Chility Phase. Das war richtig geil, ne? Im Matchen die Atemzusätze noch geben. Du würdest einfach keinen normalen Toplaner spielen. Was... Was... Brauchst du AP Blitzkring? Na schon Tuf. Aber sicher. Let's go. Nice sir. Good job. Nice one. Schöner Gank. Blitzkring ist komplett intense. Was ändern wir? Vollspekt rein, dass sie noch flashert, ne? Die Diablo nicht oben. Wow. Ah. Cool. Krass, dass das klappt, actually. Deutsch weiter. Aha. Ja. Hehehehe. Ge-cashed ihn, Junge. Jetzt kannst du ehrlich sagen, Six ist äh... High Reveal Champion. Überhaupt nicht gut. Nicht spielbar. Ich finde den gar nicht so schlecht. Die Tartbrücke, Ende. Ice-Duel-Genics. Du weißt doch eigentlich immer so Statsachen. Ist Liandris oder Ludens? Wann ist welches besser? Das ist ein Ludens-Game. Das ist ein Ludens-Game? Ja, ja. Weil die kaufen wenig HP. Und dann ist natürlich Ludens besser. Also ist es nicht abhängig von der MR, sondern von der Anzahl an HP, die die haben? Ja. Ja. Also die Sache ist ja, wenn die viel MR haben, ist tatsächlich Ludens sogar effizienter. Als wir haben... Schön, oder? Das wissen viele gar nicht. Lies, 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 lies. Die haben zum Beispiel Mord-Champions. Weiter, weiter, weiter. Ja. Dann ist es besser. Maybe turn here? Es ist Ludens into Void Stuff. Auch wenn das tatsächlich nicht so viel Sinn macht, ist es das Beste... Also... Man denkt immer, dass das macht... Das ist nicht richtig. Aber das ist tatsächlich das richtige Schild in diesem Match. Die ganze Zeit neue Infos. What? Fast die Sinder kann hochkommen. Und gegen Tanks ist logischerweise... Die haben das sehr, sehr gut. Aber nur wegen dem Lifetime. Ja, genau. Macht die Drake. Äh, could be. Die waren auch quite healthy. War das jetzt ein Jahr oder nein? Ne. Nein. Äh, Sinder kann wieder hochkommen, ne? Pass auf. Die ist immer noch hier. Ach Gott. Oh, nee. Komm schon. Konstraktion. Du hast mich davor gerettet, dass ich abgefangen werde. Nur für dich Karn. Nur für deinen Einsatz. Das wird anerkennen. Was ist das? Der steht wieder 6-1-4 nach neun Minuten. Der kriegt das Schweißband des Abends, der Typ. Die all-innt mich jetzt. Ich brauch Hilfe, Toplan. Hat die Sinder Flash? Äh... Nee. Nee, hat sie nicht. Oh mein Gott. Hast du sie? Den. Jetzt. Hast du den? Ich hab Drake. Lol. Oh. Wait, what? Ey, ein Geburtstags-Ching. True. Good stuff, aha. Oh nein. Sie rächt sich. Oh nein. Das ist egal. Der Drake ist für immer. Ist er sie wieder in der Mitte? Hä? Oh mein Gott, was ist das? Die sind ein bisschen gefeadert. Ah! Die ist komplett gefeadert. Oh mein Gott, wenn ich die Q nicht so greete. Äh, Kim? Wollen wir top was machen? Die hat keinen Flash. Aber ich weiß nicht wann er wieder abkommt. Ja. Ich hab keine Ulti. Jetzt glaub ich bald Flash, ne? Aber wir müssen laufen. Die kommen, die kommen. Die sind schon hier, die sind schon hier. Also Nautilus war auch oben. Ich glaub die Elise wird gleich unten jemand töten, ne? Die haben zur Seite top gelesen. Alle top side, actually. Nur Nautilus kann unten sein, theoretisch. Wow. Wow. Sehr fett. Oh, ist sie gefeadert. Jetzt du bist auf einer kompletten Wun-Winein-Mission. Holy shit. Boah, da war auch Gimpfil. Die beiden Juggler-Könige, die gönnen sich hier, ey. Die kommen alle nach unten, alle nach unten. Können wir dann oben den Turm nehmen? Passiert einfach Taryl trotz der Mitte. Dann kann er gleich gebombt werden. Vielleicht trotz dem Tod. Genauso hat er ich mir auch gemacht. Wir können für die ja schauen, Karin. Hast du mir ein Pod jetzt? Ah, nice. Der Argo-Rhin, äh, hier. Dings. Ah. Äh, die hat ein Vision auf mich. Äh, ich hab Ulti. Ich denk, ich glaub es 3. Oh shit. Vierte, die weiß das schon. Da waren auf jeden Fall überall Wards. Die mussten noch nicht kommen. Blade ist sehr nice für... Also, Blade an sich macht nicht so viel Sinn, das Game. Aber ist sehr nice in Fiora, warum wir on. Okay. Deswegen bei euch trotzdem. Und ich bin, äh, hier das gegangen. Deswegen würde ich... Lifestyle irgendwie haben. Das sieht echt schon ganz gut aus, was wir da machen. Hm? Der Blitz-Damage ist ja insane. Das ist alles. Der Blitz ist dein Champion, you ref. Okay, nice. Mh, soll ich da mal Ulti und du hookst was an? Ja, ja, ja. Ich bin auch dabei. Ich bin auch dabei. Ich bin auch dabei. Ist mein Champion! Warum hab ich gesagt, das ist dein Champion? Es tut mir so leid. Ich hab dich ja so gejinxt, ne? Ne, ne. Oh, die ist ja die Champion. Guck mal, wir hätten eigentlich nur ein Kill bekommen. Nice. Ne, der war nicht zu treffen, der Hulk. Das war gut. Game sieht echt richtig gut aus, Leute. Wir sind am Gewinnen. Let's go. Ja. Wieder 3k Golds. Das ist was gegen unseren Nemesis Team. Und den gefürchteten Cola at Ice. Ich finde, wir sollten mit dem BM im Allshit starten. Oh, die schrauben wir hier hin. Das sollten wir wahrscheinlich nicht. Die haben uns, glaube ich, auch nicht BM'd, ne? Äh, der ist wieder hier. Oh, je, je, je. Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Wir sind auf dem Weg. Egal, wer ist. Egal, wer ist. Ich bin auch sehr stark, by the way, ne? Oh, oh, shit. Ich hörte nicht. Ich hab Angst vor der Liste. Hier kann ich gehen. Oh, nice. Alter. Jetzt loscht es. Oh, shit. Oh! Der Flying Q. Basketball Duck. Was ist die nächste Ulti? Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Gib mir die Syndra, gib mir die Syndra. Ja, 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 ja. In Acht, in Acht, in Acht. Okay, sie ist leider weg. Nimm die Syndra. Werde eins mit der Barthold. Fühle die Barthold. Ich bin die Barthold. Ja. Egal, wo sie ist, du triffst sie. Ha. Willst du nicht warten, bis du sie siehst, du Pfeife? Nee. Der Clip ist tausendmal cooler, wenn sowas hitten würde. Irgendwann. Könnte aber so eins, zwei dauern vielleicht. Baby. Mach was. Ja, was soll ich dir machen? 60 Videos les. Der rettet mich jetzt? Ah, oh, oh. Hey, 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 hey. Oh, hier ist ein Pinker. Elise ist tot, actually. Schon länger. Freddy? Bin direkt hinter dir. War worth. Freddy? Ja. Mehr hab ich noch. Also, mit mehr Vertrauen hättest du einen 4-Drucker-Kill gehabt. Aber ich hasse der Kills auch. Oh! Mit mehr Vertrauen hätt ich da einen 4-Drucker-Kill. Ich glaub, wenn ich da reingegangen wäre, wär ich sofort tot gewesen. Du Schwätzer, ey. Sei das Portal. Ja, sei das Portal, wenn du möchtest. What? Ah, okay. Ah, ja. Hat sie besser gespielt? Auf jeden Fall, ne? Nein! Ist mich tot, ne? Sie ist aber gehüpft. Die Fiora ist 1-1. Was habt ihr mit dem armen Kick gemacht da oben? Eigentlich war das gar nicht so bad im Game. Aber dann dachte ich, ich würde nicht mehr lamen als Fiora. Mhm, 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 mhm. Keine Chance, ob du das killen hast. Kein Mana, wer kraft das noch? Kauf ich dir jetzt, ist die Frage. Hat irgendwer noch was für dir? Hm? Titanic Hydra ist, glaub ich, nice. Was hättest du vom Rasenmäher-Vean-Bild? Das ist doch einfach voll, oder? Also, mein Twitch-Chat sagt immer, ich soll das unbedingt spielen. Das ist doch einfach kacke. Also, es gibt halt Situationen, wo das gut ist. Ich glaub, mit nem Crypt-Bild und dann nem QSS-Item und GA ist man immer stärker. Selbst, wenn man vielleicht 1% weniger Damage hat. Ha! Twitch-Chat, da hört ihr's. Ihr habt alle keine Ahnung. Werde eins mit der Bard-Ult. Du hast den, war? Gut, jetzt sehr hoch. Nein! Gut gemacht von ihm. Er ist actually gut. Vielleicht nicht. Oh, oh, what? Hier. Wir haben den Zähne Nash wischen. Wir haben den Zähne Nash wischen. Wir haben den Zähne Nash wischen. Mh. Abbieten. Ach, du siehst aber auch durch. Komplett gebustert. Ich kann nicht sterben. Hammer. Siehst du nur unter dem Jungle? Ja, hab sie. Hilfe! Nice! Das war ja leidend. Ich würd den bei NNO auch gern mehr spielen, damit wir ihn flexen können. Ja, da gibt's irgendjemand, der da was dagegen hört, ne? Sie konnte nicht mehr durch. Und was passiert hier? Du keine Sau, ey. Hat's ja nicht gemacht, ey. Oh shit. Freddy, wir haben von dir noch was erwarten. Die ist ja super, die ist gar nicht so stark, tatsächlich. Nein, nein. Mach ich sogar, geil. Oh, Bro! Hast du das gesehen? Ja. Die Doppelbombe, du! Ich sterb, ne? Oh shit. Run, you fool! Sehr gut. Jetzt fighten wir, jetzt fighten wir, jetzt geht's aus. Mhm, mhm. Uh. Geht schon los. Okay. Ja. Zwei. Oh, sie läuft mehr rein. Oh, schade. Kann nicht, kann nicht, wir zwei, wir zwei. Ja, ja, ja. NNO Synergy, NNO Synergy. Pass auf, pass auf, pass auf. Oh, die läuft mehr durch. Ne. Ich komm nicht hin. Oh, quats! Die muss die zweite Instanz bell schieben, die erste geht nicht. Und jetzt? Kann nicht, kann nicht hin? Wir langen, Junge, wir langen! Wir sind zu kurz. Geh, 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 geh einfach. Wer der eins... Wer nimmt die Minions... NNO! Ich nehm noch ein Potion mit, für den richtig großen Fall. Oh, ja. Oh, mein Gott. So ein Feuerball, Junge. Der Riese, Mensch, das ist echt schon krass. Die haut ordentlich rein, ne? Ja, ja. Er schaut ja den... Gigi? Gigi überflört. Der scheiß geht zurück.